Sie hatten Probleme mit Ihrem Bruder, richtig? Ich hatte Sie zuerst. Unsere Beziehung war bloß etwas kompliziert. Das ist alles meine Schuld. Überprüfe Lungenfunktion. Ist das Isaac? Isaac ist schon über ein Jahr tot. Was? Ich habe seine Leiche nie gesehen. Sie sind hinter Ihnen her. Sie müssen sehr vorsichtig sein. Hören Sie. Er ist jetzt in meinem Haus mit Sam. Ich kann nicht fassen, dass du wieder hier bist. Peter, du bist tot. Vielleicht war ich es auch. Du lebst dir dein perfektes Leben, nicht wahr? Isaac. Isaac, deine Nase. Ich hab dich. Ich hab dich. Du krieg mich nicht um! Isaac, ich bin's! Es geht ihm nicht gut. Ich weiß nicht, in was er da reingeraten ist, aber ich hole ihn da gerne raus. Jacob! Alles okay? Mir geht's gut. Hallo! Glaubst du, ich komme in die Hölle? Sieh mich an. Ist in Sicherheit. Okay? Sicher, dass er es ist. Jacob! Er sieht Dinge. Was ist das? Und er hört sie auch. Gesichter. Was tun sie da? Wo warst du denn? Dämonen. Mein Bruder spritzt dich dieser Scheiße. Wo kommst du denn? Ich muss wissen, woher er das bekommen hat. Klär das. Glauben Sie, ich denke mir das aus? Jacob, das Einzige, was hier in der Hölle brennt. Ich bring das fort. Ist der Teil von Ihnen. Was passiert hier? Der sich beharrlich weigert loszulassen. Du wirst schlachten bei Wohnen, die dein Leben auseinanderreißen. Klär. Einzige. Du wirst schlachten bei Wohnen.